Unterwegs in Frankreich, zur Grenze Schweiz, in der Nähe vom Goldemonte. Nicole beim Abseilen über die schönen Kreisplatten bei Cesary. Bravo, Gratulation! Es ist ein Traum. Blick zum Mont Blanc, zum höchsten Alpengipfel, nach links die Egui du Chamonix, im Hintergrund der kühne Zahn vom Don du Géant und nach links die weisse Coupe von der Egui Vert, dem schwierigsten Alpenviertausender. Rechts Egui du Drü, links Le Drat und links hinten das Drei-Länder-Eck, Modola, Schweiz, Frankreich, Italien. Weiter nach links Egui du Chardonnay, Bravo, Nicole, nach links Richtung Schweizer Grenze gegen die Egui du Drü. Besten Dank und allen gute Touren!